herzlich willkommen zu einem neuen gespräch bei sam mein gast heute artur trenckle schön dass du bei mir bist hallo ich grüße dich wir haben ja schon öfter mal miteinander zu tun gehabt es ging immer um den tesla oszillator so auch heute ich möchte mit dir ein bisschen tiefer gehen und auch möglicherweise jetzt erstmal in ein thema reinschauen was unter die rubrik schwere kost fällt wir merken oder hören aus unserem umfeld so ist es auch bei mir auch im tatsächlichen namen umfeld das thema krebs erkrankungen schwere krankheiten was sich gerade häufig zeigt kannst du uns ein wenig das feld aufmachen wie gut der tesla oszillator als begleiter auf dem weg der heilung sein kann ja es ist absolut ein riesen thema sam es ist ja so dass lakowski also vor 100 jahren mit seinen experimenten angefangen hat in frankreich festgestellt hat in dörfern wo es kein leitungsnetz gab dass es damals auch kaum krebs in der bevölkerung vorhanden war das heißt wir haben aufgrund unserer technik aufgrund unserer lebens ernährungsweise wir essen uns die krankheiten an und diese stoffwechselkrankheit krebs aber es gibt auch andere krankheiten die quasi die bevölkerung naja in schellen in handschellen hält und jetzt geht es darum wie kann man das ganze wieder verbessern und kein geringerer als nikola tesla hat vor über 100 jahren mit den vitalen schwingungen angefangen zu experimentieren nicht nur bei sich selber auch bei anderen die russen haben das aufgegriffen diese technologie und haben experimente gemacht mir liegt eine studie vor aus 2009 von den russen wo sie zum beispiel verschiedene tumorarten die nicht auf chemo reagiert haben mit hoher frequenz stimuliert haben und siehe da auf einmal wurde der tumor weich und hat dann auch sehr gut die chemo vertragen ich persönlich bin kein freund von der chemotherapie aber die schulmedizin hat nun mal diese werkzeuge und man muss sehen wie kann man das ganze auch begleiten wenn jemand nicht chemotherapie macht kriegt der verschiedene stoffe in den körper rein die vielleicht nicht so gut sind und jetzt geht es ja darum diese stoffe wieder raus zu bekommen und hier gibt es nichts besseres als unser blut wir müssen unser blut stärken weil wir haben im schnitt sieben liter blut die innerhalb von 24 stunden quasi pumpt unser herz 8000 liter durch den ganzen organismus durch und wenn wir jetzt von außen mit vitalen schwingungen im vorfeld das wasser einmal aufladen dann durch die befeldung der nieren der leber der lymphe den körper so unterstützen damit das blut besser zirkulieren kann um die schadstoffe wieder ausleiten und wichtige nährstoffe vitamine pflanzen sekundärstoffe in den körper rein bekommt und das ist ein ein baustein der den menschen hilft wieder hoffnung zu bekommen ja energie in den körper rein zu erhalten um die ganzen selbst regulierungen zu verbessern also ist es so dass das ganze anfängt mit dem verköstigen von hexagonalem wasser also spricht das befeldete wasser ist punkt eins und dann aber auch wie es dann immer so in einer behandlung ist sich selbst zu befelden nach der nach dem trinken des wassers richtig genau dass man gewisse schnittstellen am körper unterstützt weil letztendlich geht alles auf diese technik zurück von nikola tesla das war seine spule die er damals gebaut hat diese flachspule den besonderes magnetfeld erzeugt und hier geht es ja um energie und informationsübertragung einmal um das stehwellen verhältnis aufzubauen mit dem wasser damit die energie übertragen wird und dann mit dem körper es gibt es verschiedene stellen am körper wo man dann sehr gut befelden kann und ich möchte hier ein kleines experiment zeigen ich habe hier ein paar platinenspulen vorbereitet und die versuche ich jetzt in resonanz zu bekommen und wir sehen hier dass die anfangen zu leuchten hier sind die spulen in der lage diese information diese energie aufzufangen und dann dementsprechend zu transportieren und im körper geschieht das gleiche durch verschiedene schnittstellen zum beispiel wenn wir hier die lymphe uns anschauen aber auch die venen die hauptschlagader läuft hier lang und wenn ich jetzt durch die befeldung des blutes was ja immer im gewissen taktbereich durch den körper zirkuliert wird dieses wasser hexa nicht nur das wasser das körperwasser ich spreche jetzt das körperwasser speziell an weil wir über 200 240 verschiedene körperwässer kennen vom hirnwasser auch das blut besteht ja aus wasser und jetzt wird dieses wasser hexagonal dieses blut wird hexagonaler und kann mehr von diesen schadstoffen abtransportieren und das ging ja damals los wo ich von diesen schweren krankheiten erfahren habe von anwendern nicht nur in der familie auch im freundes bekanntes kreis ob das mobus kron ob das krebs lungentumor war wo ich hautnah miterlebt habe in der familie durch das trinken von hexagonalem wasser reinem wasser durch die befeldung von verschiedenen schnittstellen hat sich der körper mit energie aufgeladen die menschen wurden vitaler und haben über den zeitraum x das natürlich monate wo das einhergeht höhere lebensqualität erfahren zwei fragen gleich dazu gibt es da eine etwas wichtiges in kombination mit der chemotherapie also dass man sagt da muss ein abstand von chemo erhalten und dann darf ich befelden beißt sich das möglicherweise irgendwie oder was ja auch oft der fall ist dass du sagst befelde das was du zu dir nimmst und es wirkt noch besser hat das auch eine auswirkung eben auf die einnahme mit der chemo genau also einmal kann man das vor der chemo schon damit starten während der chemotherapie und danach das heißt begleitend und die erfahrungsberichte diese protokolle von menschen die das gemacht haben ohne und mit ja sind wirklich herausragend weil sie sagen der unterschied ist spürbar ja also man kann die chemotherapie viel einfacher vertragen und jetzt auf der anderen seite was du angesprochen hast alle dinge die man zu sich führt ja wie ob das vitamin d3 omega und sonstige vitamine sind alle diese stoffe können befeldet werden dadurch wird die wirkweise verbessert und kann im körper viel bessere dienste leisten meine nächste frage wäre dann noch gewesen welche zeitliche komponente braucht es der befeldung also wenn ich eben ein patient bin und es den tesla aus die lader zur unterstützung hinzuziehe heißt es dann eine stunde am tag zwei alle zwei tage wie würdest du das empfehlen ich bin ja kein arzt kein therapeut ich kann nur von meinen erfahrungen sprechen ich würde mindestens eine stunde am tag den körper diese energie diese vitalen frequenzen diese information zur verfügung stellen eine stunde soll es mindestens sein und je nach art je nach störung kann es auch durchaus doppelte sein dürfte es auch möglicherweise über x stunden am tag sein also mein persönlicher rekord liegt bei viereinhalb stunden ja wo ich den körper befeldet habe ich habe auch schon mit fünf geräten gleichzeitig am körper mal gearbeitet um zu schauen wie sind da die effekte die haben sich jetzt aber nicht signifikant erhöht und ich habe mal ein basenbad gemacht über acht stunden wo ich auch den den tesla spiral resonator weil das ist dieser große unterschied zu allen anderen technologien wo ich diesen spiral resonator über ein reagenzglas in die badewanne mit eingeführt habe und habe dann acht stunden lang während dem basenbad auch den körper dementsprechend strukturiert welche erfahrung hast du in der zusammenarbeit mit ärzten die eben auch den tesla oszillator zur unterstützung mit ran ziehen ja gut da gibt es unterschiedliche erfahrungen einmal mediziner die frisch jetzt nach dem studium die sind für diese technologie kaum empfänglich ja umso älter die ärzte werden ist so meine persönliche erfahrung umso breiter wird das spektrum die verlieren die scheuklappen weil sie auch gesehen haben dass die werkzeuge den den ärzten an die hand gegeben wird nicht so wirkungsvoll sind und wenn sie dann am gewissen alter sind wo sie dann einfach noch mal freier werden wo sie durchaus diese technologie für sich für die familie und natürlich für freunde bekannte auch mit einsetzen also das ist ein thema was sich immer mehr öffnet weil auch nikola tesla vor über 100 jahren vor ärzten vorträge gehalten hat und es ist ja in seinem buch neue wege der medizin dokumentiert ja dass die ärzte auch dieses physikalische verständnis nicht nur das chemische verständnis sondern auch das physikalische verständnis von energieübertragung von elektronen mitbringen müssen um hier wirklich gute dienste am körper bei den menschen zu verrichten was ist mit dem thema wenn es jetzt um einen wirklich akuten fall von metastasen also streuung und sowas geht was würdest du da empfehlen als unterstützung mit dem tesla na ja ich würde immer auf die grundlage die ursache gehen und das ist immer ein konflikt ja das geht einher von wut zorn angst ja diese themen müssen aufgelöst werden weil auch diese metastasen haben eine ursache also es ist nicht so dass die jetzt übers blut wandern die das deutsche rote kreuz wurde mehrfach schon angefragt ob das eine metastase übers blut wandern kann das ist nicht möglich das sind alles für sich neue konflikte das kann die angst sein jemand hat eine diagnose darmkrebs zum beispiel bekommen jetzt hat er angst zu sterben weil er natürlich aufgrund der ganzen medialen und filme die ja schon alles gesehen hat mitbekommen hat dass da einfach eine störung auf ihn und lebenseinstieg schlechter lebenseinstieg auf ihn zu kommt und jetzt kommt die angst vor dem sterben und dann macht sich das auf der lunge bemerkt ja angst zu sterben siehst du immer an der lunge weil du willst zu etwas weglaufen du kannst vor der angst nicht weglaufen früher beim säbelzahntiger konntest du auf den baum klettern oder dich verstecken wegrennen das geht vor so einer diagnose nicht und durch die befältigung der lunge und hier ist auch wichtig gerade nach der organuhr zu gehen immer wenn die lunge sich auch regeneriert also ist auch mein tipp an die menschen immer zu schauen wann regeneriert sich das organ und in dieser zeit die bauspeicheldrüse den darm den magen oder die leber zu befelden weil das ist der wichtigste zeitpunkt der erneuerung es sind immer zwischen ein bis zwei stunden und diese erkenntnisse sam und liebe zuschauer ist mehrere tausend jahre alt das haben wir von den chinesen übernommen und aufgrund dieser organuhr das habe ich ja in meinem buch mit erwähnt können die menschen sich langhangeln das ist wie eine treppe wo sie am geländer schritt für schritt sich lang bewegen und wissen okay jetzt muss ich diese phase jetzt habe ich diese phase oder jene phase in der aktivierung jetzt hast du es gerade erwähnt du hast ja ein buch unter anderem gibt es ja nicht nur die organuhr sondern eben auch die kombination mit den schüßler salzen und der möglichkeit des eben befellens um damit eine art verstärkung ja auch herzustellen wenn ich das richtig verstanden habe vielleicht da noch einmal rein und dann habe ich noch eine andere frage zu anderen präparaten im kopf ja also die mineralien sind ja extrem wichtig um die leitfähigkeit in der zelle zu verbessern durch mangel ernährung ja kommt es da öfters mal zu einer störung und durch die unterstützung von schüßler salzen die auch über 150 jahre alt sind also sprich in der entwicklung so viel gutes den menschen gebracht haben können wir feststellen dass wasser energie mineralien ja in der richtigen kombination dem körper helfen sich die selbstheilungskräfte zu aktivieren und zu regenerieren dann jedes organ und das ist wichtig jedes organ ist in der lage sich vollständig zu regenerieren das heißt eine leber braucht sechs monate aber auch als kinder in der grundschule hatten wir auch schon eine leber das heißt eine leber sind in der lage sich alle sechs monate vollständig zu regenerieren wir merken sie an der haut wenn du dich mal verbrennst oder dich reinschneidest brauchst du zwei drei vier wochen und dann ist diese schnittwunde vollständig wieder hergestellt ja und das ist auch mit den organen so jetzt sagtest du dass die giftstoffe ausgeleitet werden oder eben die die schlacke sich lösen können darum geht es ja letztendlich auch brauche ich denn zusätzlich noch produkte ich sage jetzt mal zeolit oder anderes um dann die bindung der giftstoffe herzustellen um richtig auszuleiten oder ist das nicht nötig reicht das aus einfach sich nur mit viel gutem wasser also befeldetem wasser dann zu versorgen na gut das wasser ist die basis weil du brauchst ja die bindungskraft und die schleppkraft vom wasser ja und hier die mineralien ob das dann zeolit ob das dann borax oder andere stoffe sind oder schüßler die dem körper helfen als botenstoffe das ist wie eine kreuzung an der ampel ja oder auf der autobahn du hast einen stau die autos gehen nicht mehr weiter drei spuren sind voll jetzt kommt ein polizist und kann quasi als boote sofort wieder für einen geregelten verkehr dem ganzen dienen und das sind die schüßler beziehungsweise sind andere mineralien die teilweise als spurenelement damals im urwasser urmeer drin sind und es sind wirklich ein millionstel teilweise notwendig um das ganze körperlich wieder in fluss zu halten oder zu bringen wie würdest du auf das argument reagieren wenn jemand sagt der sich in schulmedizinischer behandlung befindet und sagt naja ich bekomme hier chemo möglicherweise noch irgendwelche anderen präparate das wird ja immer gerne auch noch mal das dazu und das dazu weil es dann vielleicht einen ausschlag auf als reaktion vom körper auf die chemo gab oder so dann wird das noch mal gegeben und das was würdest du sagen wenn jemand sagt ach das passt ja nicht zusammen der tesla oszillator und der andere weg aus meiner sicht passt es hervorragend zusammen man muss sich diesen normalen weg anschauen wie hoch die quote ist alles wieder in ordnung zu bekommen die ist sehr gering die liegt im einstelligen prozentbereich da gibt es ja viele studien die über jahrzehnte angelegt worden sind wo unterschiedlichste krebsarten untersucht worden mit dem ergebnis dass die chemo alleine eine vergiftung im körper nicht das allheilmittel ist und die frequenzen die energie die hier den körper quasi eine art energieschub voranbringt um dann diese gifte und auch diese stoffwechselprobleme aus dem körper ausleiten zu können und für mich ist das ist eine hervorragende kombination ich persönlich bin kein freund von reiner chemie muss ich dazu sagen ich bin jemand der versucht noch tiefer da einzublicken ich weiß dass ein riesen lobby system dahinter hängt letztendlich muss jeder mensch das für sich selber entscheiden sind noch viele menschen die eben auch angst haben und denen wir vielleicht auch mit diesem video die hand reichen können um zu sagen du musst dich nicht für das eine und gegen das andere entscheiden sondern ich entnehme deine antwort ganz klar es kann als eine brückenfunktion erst mal sich darstellen und dann wird der mensch ja selber spüren ob ihm mit der behandlung des tesla oszillators mehr energie zur verfügung steht und vielleicht können sich dann die menschen die immer noch sehr nur das eine wollen dann auch lösen von dieser angst dass das andere nicht funktioniert ja wir haben aus dem ausland auch feedbacks wo hier diese technologie begleiten zur krebstherapie schon eingesetzt wird in alternativen kliniken ja die einfach diese weitsicht schon mitbringen und ich hoffe dass wir das auch in deutschland in europa in den nächsten jahren schaffen ja gut wir hatten jetzt heute mal diese schwere kost das thema krebs und andere schwere krankheiten aber nichtsdestotrotz ist der tesla oszillator ja im grunde immer zu empfehlen denn wir wollen ja alle gerne fit und munter und gesund und lange leben bleiben ich bedanke mich also bei dir für die information heute und freue mich auf unser nächstes gespräch ja